Milch und Milchprodukte Ein wichtiger und leckerer Wirtschaftszweig in Deutschland. Hier kommen ein paar interessante statistische Zahlen für euch. Laut Statistischem Bundesamt lebten in Deutschland zum Stichtag, 3. November 2022, über 3,8 Millionen Milchkühe auf insgesamt 52.900 betrieben. Im bundesweiten Vergleich liegt dabei Bayern mit über einer Million Kühe an der Spitze. Weit abgeschlagen ist Berlin mit gerade einmal 115 Kühen. In Rheinland-Pfalz liegt die Kuhzahl bei 97.389 und im Saarland bei 12.415. Die Betriebszahl beträgt 1.629, davon 1.448 in Rheinland-Pfalz und 181 im Saarland. Die durchschnittliche Kuhzahl in Rheinland-Pfalz und dem Saarland liegt bei 67,4. Über die Jahrzehnte betrachtet sinkt die Anzahl der Betriebe, während die Kuhzahl pro Betrieb ansteigt. Pro Jahr gibt eine Kuh durchschnittlich 8.500 Kilogramm Milch. Gerechnet auf durchschnittlich 305 Tage im Jahr, die sie gemolken wird, ergibt das eine tägliche Milchleistung von etwa 28 Litern. Um das zu schaffen, muss die Kuh jeden Tag eine gewisse Futterration zu sich nehmen. Hier ein Beispiel. Je 20 Kilogramm Gras und Mais-Silage, 3 Kilogramm Rapsschrot, 2 Kilogramm Körnermais, 1 Kilogramm Getreide, 150 Gramm Mineralfutter, etwas Heu und bis zu 150 Liter Wasser. Zur Bildung von einem Liter Milch müssen 400 Liter Blut durch das Euter fließen. Die Milch wird dann an milchverarbeitende Unternehmen geliefert. Davon gab es laut ZMB im Jahr 2021 deutschlandweit 163 Molkereien und Käsereien mit über 50 Beschäftigten. Daneben wird die Milch auch direkt vermarktet, entweder über Milchautomaten oder auch in Hofmolkereien oder Käsereien. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind noch zwei große Molkereien ansässig, Alaphuts Deutschland in Bronsfeld und Hochwald Milch AG in Talfang und Kaiserslautern, sowie zahlreiche Direktvermarkte, die ihre Milch pur oder weiterverarbeitet zu Milchprodukten wie Joghurt, Quark oder Käse verkaufen. Laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE, verzehrt jeder Mensch in Deutschland im Durchschnitt etwa Zum Weiterlesen Der Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V. LKV erhebt seit Jahrzehnten statistische Zahlen rund um die Milchviehhaltung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die zentrale Milchmarktberichterstattung GmbH, ZMB, veröffentlicht regelmäßig Daten zur Marktentwicklung im Milchsektor inklusive Verbrauchszahlen in Deutschland und der Welt. Aktuelle und aufbereitete Informationen über Milch in Deutschland findet man auch auf den Seiten des Milchindustrieverbandes, MEV, milchindustrie.de und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE, ble.de.